Fast wolkenloser Tag in Zermatt, 11. August, viertel ab zehn Uhr am Morgen. Plan heute in Britannia heute und nach einem Morgen auf Strahlhorn. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du hast einen Gipfelkreis. Yes man! Letzter Meter machen wir den Block. Wooh! 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 Tschüss, Jungs, Mann. Sauber, Matt. Tschüss, Mann. Sehr geil. Die ganze Walliser Prominence ist vorhanden. Dort vorne, Nordend, die Vorspitz. Nachher weiter der Lyskamm. Man sieht dort den Gastor, Polux. Nachher grosses Breithorn das Ganze. Das kleine Matterhorn ganz dort vorne. Dann natürlich das richtige. Das richtige Matterhorn. Dann geht es weiter, dans Blanche. Oberst Gabelhorn. Sinalrothorn, Weisshorn. Und da ganz nahe. Das Rindfischhorn. Von da unten sind wir gestartet. Yes, Mann. Wooh, wooh. Weitere Scheiss. Anhorn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020